Braucht man 2023 überhaupt noch eine richtige Kamera? Die aktuellen Smartphones sind mit hochmodernen Kameras ausgestattet. Sie bieten auch eine breite Palette von Features, wie zum Beispiel manuelle Einstellungen, mehrere Objektive, die du an dem Smartphone dran hast, Nachtmodus, Portraitmodus und so weiter. Aber dennoch sind herkömmliche Kameras den Smartphones in Bezug auf Detailqualität, der Bilder immer noch weit überlegen. Dazu die Möglichkeit, Objektive überhaupt zu tauschen. Mach das mal mit dem Smartphone. Und sowas wie zum Beispiel die Blende steuern, das kann halt nur die Kamera, jedenfalls noch. Richtige Kameras sind aber im Vergleich zum Smartphone, muss man auch ehrlich sagen, ziemlich dumm und mit wenig Software ausgestattet und deutlich schwieriger zu erlernen und meist sogar auch teurer. Ob man eine richtige Kamera oder nur ein Smartphone benötigt, hängt am Ende davon ab, was man mit seiner Fotografie erreichen möchte. Für weitere Videos wie dieses folgt mir, hinterlasst mir ein Like und stellt mir weitere Fragen. Vielleicht sowas wie...